So Leute, ich werde jetzt heute Sonntag schon mal hier ein bisschen gucken, dass ich weiter vergraben kann. Eventuell später dann hier vorne noch das Brett machen. Wie weit ich komme, kann ich noch nicht sagen. Wir haben es jetzt auch schon wieder, Sechse. Ja, gestern eben sind wir auf der Grill- und Barbecue-Messe gewesen. Der Michael Alistar hat sich leider erfolgreich hier gedrückt, der hätten wir auch was machen sollen. Macht nichts, aber dafür haben wir heute noch einen Raptorodactus gehabt. War sehr lecker. Was das ist, seht ihr dann in einem der nächsten Grill-Videos. Dann werde ich mal anfangen Kabel zu legen. Hol euch dann eben wieder hinzu, wenn ein paar Kabel drin liegen und zeige euch die dann. Bisschen Erklärung dazu. Weil es bringt jetzt nichts, wenn ihr stundenlang die Cam da drauf haltet, während ich da rumwurstel. Gut, dann mach ich mir Gedanken und leg mal los. Okay. 17, 18, 19, 20, 21. Ich stehe hier in Kontakt mit dem Bambi-Plattfuß. Der reagiert sofort, wenn ich eine Frage habe. Finde ich so klasse von mir. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ja, jetzt habe ich mir noch die ganzen Buttons separat noch notiert, ja, dass ich das dann richtig anklemmen. Gut. So weit, so gut. Euch zeige ich jetzt gleich einmal, wie viele Kabel ich eingelegt habe schon. So. Wunderbar. Super. So sieht es jetzt. Habe ich hier jetzt lauter Flecken auf der Cam drauf. Ich glaube, ich muss mal die Linse putzen. So, so sieht es jetzt mittlerweile aus hier herin. Ähm, hauptsächlich die Hauptstromversorgung. Kabel jetzt einmal hier gelegt. Dank meinem Dummy weiß ich ja ungefähr wohin. Lasse ich die Kabel hier natürlich alle lang genug. Die Enden alle sauber beschriftet. Hier zum Beispiel Power Connect plus 12 Volt. Der gehört hier vorne dann hin. Naja, okay. Und dadurch, dass ich mir jetzt die anderen Anschlüsse alle aufgeschrieben habe, kann ich jetzt nochmal von hinten plus 5 Volt Kabel vorlegen. Ein zusätzliches. Und dann kann ich hier gleich einmal die LEDs alle zusammenklemmen. Masse. Ja. Masse kommt dann wieder hier drauf. Auf die D-Anschlüsse. Dass die separat gesteuert werden. Ja. Und die Kabel kann ich im Prinzip auch anklemmen und runterlegen. Muss ich jetzt halt alles extra beschriften. Dass man hinterher nichts durcheinander bringt. Ja. Wenn man sich ein bisschen mit Schaltplan auskennt, ist das alles gar kein Problem. Und, boah. Ich mache halt jetzt einfach weiter. So, Leute. Hier habe ich jetzt mal die LED-Beleuchtung angeklemmt. Alle Kabel wird zusammengeführt. Und, ja, natürlich zu dem hier auch rüber. Und das wird jetzt nochmal mit dem Schrumpfschlauch eingeschrumpft. Und dann geht das Kabel direkt zum 5 Volt Netzteil rüber. Ja. So, Leute. Vom Verkabeln her ist gut was vorangegangen. Wir haben Setzer. Leck mich am Ärmel. 10 vor 11. Ja. Ich habe jetzt hier noch die ganze Plus-Verbindung. Habe ich glaube ich vorher schon gesagt. Dann die Massekabel schon mal gelegt. Alle. Die kommen dann hier an den Anschluss hin. Was fehlt jetzt hier noch? Ähm. 21. Irgendwas über 20 Kabel. Von dem blauen hier. Ja. Das sind jeweils die Schaltimpulse, sage ich jetzt einmal. Die kommen unten hin. Hier, hier. Ja. Und die gehen dann alle auf die Seite von dem Board. Ob ich die jetzt alle reinmache oder nicht? Vorher schon. Das muss ich mir noch gewaltig überlegen. Weil dann habe ich einen Riesenkabelsalat. Muss jedes Kabel einzeln beschriften, was ja eigentlich kein Problem wäre. Na ja. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Das nächste, was ich jetzt auf alle Fälle machen möchte. Dann morgen ist hier oben vorne das Brett. Sprich Monitor reinlegen, Rahmen rum, dann das Brett ausmessen, zusägen etc. pp. Das ist so der Plan für morgen. Warum? Wegen den Tini-Control und den programmierbaren LED-Streifen außenrum. Die brauchen dann zwischendrin auch noch eine Plus-Versorgung. Eine 5 Volt-Versorgung. Weil, ja, die brauchen anscheinend einen Haufen. Und deswegen haben die zwischendrin dann diese extra Kabel noch. Aber das seht ihr dann noch. Ja, und, ähm, dass ich dann weiß, wo ich hier dann, ja, für die Kabelverlegung halt dann noch eine kleine Nut oder irgendwas reinmache. Ja, dann schaut es euch einfach nochmal an und dann machen wir für heute Feierabend. Da kommen natürlich auch noch Klebepads überall hin. Tja, es wird immer mehr. Gut, dann gehe ich jetzt vor. Ziehe das Material mit von der Cam runter. Gucke, ob es noch ein komplettes Video wird. Wenn es eins wird, dann seht ihr das ja. Und Astra La Vista, bis zum nächsten Mal. Tja, und wenn nicht, geht es an dieser Stelle mit der nächsten Szene weiter. Tchaikovsky. 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 Tchaikovsky.